So, Hallöchen, herzlich willkommen, dass wir wieder zu Resident Evil 7. Mein Name ist Franconia, wir haben ja gestern hier gespeichert. Ja, und dann hätte ich gesagt, gehen wir weiter, aber da wird gleich jetzt das Telefon schälen, deswegen gehen wir nochmal raus. Hallo meine Liebe. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja, ich höre mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann hier nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich mir helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. So, Nachladegeschwindigkeit, okay. Oh, fuck you, Alter. Die Mutter, Alter. Kommt ja auch nochmal in die Gänge, da hat er gemeint, oh, ey. Ähm, ja. Also wenn ich wüsste, was hier passiert. Passiert hier was mit mir? Kommt da dann ein neuer Abschnitt mit mir? Jetzt pass auf. Wir nehmen mal und tun das mal rüber. Dann schauen wir mal, wenn nicht, laden wir von vorne. Ne, müsste gehen eigentlich. So, wir schauen mal, ob es klappt. Riesen, please, but first. Ne, old house. Warte mal. Da müssen wir doch sowieso hin. Ins alte Haus. 19. Juli 2017. Alter, das ist doch erst... Boah, das ist alles so nah, ne? Ach, Gott, oh Gott. So. Bitte lass es das Netz sein. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß, ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, wisst du ja. Du hast uns einen Schreck ein... Okay, das ist das Gleiche. Wir gehen mal in die Options rein. Können wir hier... Können wir hier neu laden. Video beenden. Wir beenden mal das Video. Video beenden. Was ist jetzt? Ich wollte doch das Video beenden. Oder habe ich jetzt aber etwas falsch gelesen? Ah, da nehme ich das Gleiche schon wieder, ne? Was ist jetzt? Alter, die Mutter, ne? Die Magritte, ey. Der Horror geht noch weiter, ne? Alter. Boah, das ist doch so anstrengend, ey. Das Spiel. In VR ist es halt sehr, sehr anstrengend. Oh, ich kann immer nur wirklich zwei Folgen am Stück aufnehmen. Und dann ist bei mir immer Feierabend. So, was ist jetzt hier? Ich so, lädt er so lang, der Depp. Ich so, lädt er jetzt so lang. Irgendwas ist da jetzt doch auch wieder faul. Okay, dann hauen wir mal die Mia-Kassetten einfach dann weg. Ach, wir können also unsere Frau heilen, ne? Mit diesem komischen Serum. Ich habe hier einen Personalausweis weggeschmissen, ne? Und hier einen Führerschein. Ach Gott, super. So, wieso hat er jetzt hier nochmal gespeichert? Na, es ist doch alles sehr, sehr komisch. So, wir hauen die Mia-Kassetten nochmal rüber. Gibt es hier noch was? Boah, Alter, das war die Tür, ne? So, was haben wir hier, Alter? Was die hier, Rasenmäher haben, ne? Das ist auch nicht schön hier. So, wir laufen mal hier entlang. Ist mir schlecht. Okay, da brauchen wir jetzt so Chip-Karten, wie es aussieht. Boah, ich habe schon ein paar, ein paar, ein paar Wasche. Das muss doch unser Ding schon wieder halb voll sein, ne? So, Neidungsergänzungsmittel, ach so. Die Dame, das Schießpulver, okay. Müssen zur Verwendung, zur Arznei verarbeitet werden. Boah, da haben wir leider nichts. Was heißt das für das Steroide, eh? Das ist mir am Arsch. Müssen wir hier entlang? Ach, wir müssen jetzt da rüber, ne? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Mir geht's gar nicht. Mir geht's gar nicht. Wunder, du meinst. Unter anderen Seiten verschlossen, okay. Ich glaube, ich weiß, wo das jetzt hier, ne? Wasche. Wir müssen uns halt vor der Alten verstecken, ne? Ja. Oh, heilte. Oh, Gott, oh Gott. Fuck. Ja, und wie gesagt, das kennen wir hier doch. Heilte. Das ist das Klasse-Effizienz-Klasse-Empfeilung. Puh, hier ist es recht dunkel. Was sind das für Viecher? Pistolen, Muni, etc. Für Standardpistole. Und wir haben doch kein Ding, Alter. Pistolen, Muni, etc. Oh, Alter. Was ist das? Sieht aus wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Nice. Fuck. Ich schau euch aus nicht. Es geht noch, es geht noch. Habe ich überhaupt noch? Nein, ich habe doch einen. Den habe ich noch. 8. Februar. 1800. Schieß mich tot, Alter. Jo, Plan für einen Flammenwerfer. Den haben wir ja auch hier gesehen, ne? Moskito, man. Das ist auch schon wieder so eine eklige Suppe, ne? Was? Don't. Ähm. Sie ist oben. Geh nicht hoch. Gratuliere, Aragmaat. Oh, schieß ab, sie ist oben. Don't go up. Okay, jetzt hört man. Jo. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Boah, sind diese Riesenviecher, Alter. Komm hier entlang. Sicher kommen wir, dass ich hier gleich sterbe, ne? So, wie schaut's aus bei mir? Ah, ein wenig kaputt schon, ne? Wieso kann ich das nicht in Verwendung zur Arznei nehmen? Das alte Haus nach dem Serum durchsuchen mit dem Verarschen. Karte des alten Hauses gratuliere, Gott sei Dank. Oh, Saloon, Eingang, da geht's zur Galerie, Esszimmer, Wohnzimmer. Was haben wir hier, nix. Genau hier hatten wir ja dieses Spinnending. Das brauchen wir jetzt, was steht denn hier, der giftige Räuber, das Gemälde zeigt einen im Netz gefangenen Schmetterling, lecker. Fuck, okay, warte mal, wir nehmen auf jeden Fall mal, hauen wir das rein. Oh Gott, was ist das? Was ist das hier? Oh, hier kommen wir noch mehr Spiegel. Boah, das ist so heftig, tut mir leid. So. Weißt du was, diese Pillen? Oh, was nehmen wir denn, was nehmen wir denn raus? Obwohl, das könnte man eigentlich so lassen erst mal. Was ist in dem Rucksack schon wieder drin, ey, der ist doch irgendwie wieder so Kakerlake. Was, ich kann jetzt mehr Objekte mit mir rumtragen, willst du mich verarschen? Geil. Nice. Shit. Sehr schön, das hat ja auch ein wenig Ruhe, ne? Boah, wie viel haben wir denn? 15 Minuten. Es tut mir leid, ich brauche wieder eine... Verschnaufpause, aber den Bunzenbrenner nehmen wir, glaube ich, noch mit, ne? Ui, Erste Hilfe hat es neu, Gott sei Dank. Flüssige Chemikalie. Oh, gut, dass wir das nochmal mitgenommen haben. Können wir das jetzt mitnehmen? Jo. Brennergriff, bringt das uns was? Oh, hier wird gespeichert, Gott sei Dank. Ich gehe aber hier nochmal rein, ne? Oh, hier fühle ich mich doch ein bisschen sicherer. Jawohl. Oh, leck mich um. So. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Das da, können wir kombinieren mit dem, ne? Ach, das ist das okay. Ähm, ja. Schaden. Naja, wir werden hier auf jeden Fall mal speichern jetzt. Dieser Bunzenbrenner ist nicht schlecht, ne? So, anscheinend kann er mit etwas anderem kombiniert werden. Mit was denn? Okay, wir brauchen Benzin, denke ich mal. Oder mit was läuft ein Flammenwerfer? Ich weiß es gar nicht. Ah, liebe Freunde, wir machen hier eine kleine Pause. Sorry, dass es keine 20 Minuten sind. Ihr müsst mir verzeihen, aber... Ach Gott. Es ist halt so mit mir, ne? Kann man nichts machen. In diesem Sinne trotzdem, vielen Dank fürs Einschalten. Und Servus. Bis morgen zu Resident Evil 7 Biohazard in VR. Macht's gut. Ciao.